Ja hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Folge von Rainbow Six Siege. Ich hoffe es klappt endlich mal. Erstmal, es ist eine reguläre Folge, kein Beta, kein Alpha, kein Closed Beta, kein gar nichts. Es ist einfach, ja, Rainbow Six Siege, das reguläre Spiel seit gestern draußen. Ich habe versucht gestern schon ein ganzes Stück aufzunehmen, aber ich hatte gestern so einen extrem hohen Ping von 4,500, warum auch immer, ich weiß nicht, wo das herkam und bin deswegen ständig aus dem Spiel rausgeflogen und habe ständig geleckt und das war echt richtig übel. Zwei Folgen habe ich zustande bekommen, die werde ich wahrscheinlich auch veröffentlichen, wo ich in der zweiten Folge dann auch aus dem Spiel gekickt wurde, bis ich geflogen bin. Ja, ich habe jetzt die Nacht gepennt, jetzt ist es morgens halb neun, so typische Aufnahmezeit, typische Spielzeit. Ich habe mal den U-Tan über Nacht ausgemacht und jawohl, ich habe keinen hohen Ping mehr, das ist gut. So. Wir sind Verteidiger, wer es noch nicht mitbekommen hat. Problem ist, ich kenne die Maps noch nicht so gut. Oh, was ist hier? Ah, Rüstung, extra Rüstung, geil. Extra Rüstung ist immer gut, danke dir. Kann ich noch irgendwo was verstärken? Nee, ich glaube, das war es. Ja, schön, dass du es wieder kaputt gemacht hast, du Penner. Junge, das ist unsinnig eigentlich, dass wir alle in einem Raum sind. LNG ist nicht mehr aufgebaut. Ich komme von rechts. Die Gegner haben die Spiele gefahren. Wer hätte das? Ah! Mann verletzt! Feuerschutz! Sehr nice. Klar, von da kommen sie auch. Ich höre doch die Schritte da. Ich höre rechts. Sag ich doch, ich höre rechts die Schritte. Wow! Wo kam das denn her? Wo kam das denn her? Es kam von... Ah, fuck! Es kam von da von da. Ich dachte, es kam von hinten. Naja. Läuft ja schon mal nicht so gut. Wie kann der mich... Durch die... Wie geht das, dass der mich durch die Mauer... Dadurch sehen kann? Die Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Blutgefahrhutbehälter verhindern. Die Gegner sichern den Behälter. Wie konnte der mich durch die Mauer sehen? Du hast gesehen, dass der ja eindeutig nur auf das Fenster gezielt hat. Wie ging das? Warum? Strange. Oder der hat mich... Entschuldigung, der hat mich vorher gesehen. Hier seht, ich habe auch noch nichts groß freigeschaltet. Ich möchte erst mal ein bisschen Geld farben, um mir dann einen ordentlichen Operator zusammen zu kaufen. Werden wir vielleicht heute auch noch machen. Ich werde heute ein paar mehr Folgen... ...wieder... ...zeigen. Ich werde jetzt erst mal vier, fünf aufnehmen, die dann bearbeiten, hochladen, bla bla bla. Der Bio-Gefahrhutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Wo geht es denn hier weiter? Hä? Sind wir im falschen Haus? Sehr schön. Der Bio-Gefahrhutbehälter wurde lokalisiert. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Einsatz in fünf Sekunden. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrhutbehälter. Naja, übrigens, wir wissen mal, wo der Behälter ist. Das Ziel sichern... Drohne bereit. Oh Gott, der Schulbus sieht ja auch lustig aus. Feinde gesichtet. Versammlungszahle. Ah, das klappt jetzt wie sauch. Feinde in sich weiter. Zeit, eine neue Tür zu springen. So, was habe ich eigentlich? Äh, blendgranaten. Äh, blendgranaten. Oh Gott, gesichtet. Versammlungszahle. Meeting Hall, okay, die ist unten. Drohne einsatzbereit. Feindpositionen ausfindig gemacht. Versammlungshalle. Oh, no. Okay. What does it go? Oh. 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 Oh no. Oh. Oh, no. Oh. 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 Oh, no. Wenn ich gleich sterbe Was sind denn die? Oh, warte, fuck Hab ich den nicht erwischt? Alter, die Waffen haben so einen übelsten Rekord Ah, ich hab gegen das Ding da geschossen, deswegen Ach, der hat mich... Okay Ich hab gegen... Ah, komm, er hatte... Ja, okay Läuft grad nicht so gut Also sonst hatte ich eigentlich immer so Zwei, drei Kills Aber bis jetzt Läuft das gerade sehr beschissen Ja, du musst das unbedingt im Team spielen Das ist so Wahnsinn, wenn du das nicht im Team spielst Den werde ich mir definitiv holen Den Doc Bin ja schon immer so der Medic-Typ Hatte mich übrigens auch übelst erschrocken eben Ich hab eben die, die Playstation gestartet Und ich hatte auf einmal überhaupt keinen Ton von der Playstation Ich hab wirklich alles hier durchprobiert Ähm Den Raum sichern Hab dann einmal die Kabel ausgetauscht Auf einmal funktionierte es wieder Ich weiß nicht, woran es lag Der Boden ist fertig Der Boden ist fertig Barrikade ist eingesetzt Weint jetzt verstärkt Barrikade aufgebaut Ist eben total rumgefahren Es bleiben 10 Sekunden Noch 5 Sekunden Water entdeckt Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert Du schützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis Sicherheitsabstand halten Okay Hab ich denn, äh Ach, jetzt, ich hab's dabei Ich hab's dabei Gerät scharf gemacht Tür im Auge behalten Hinterhalt gelegt Sicherheitsabstand halten Okay, von wo kommen wir? Ah, jetzt sind wir schon noch 3 Ich geh mir mal aus der Schussbahn, Lunge Ich hab den doch voll erwischt Scheiße Äh Das ist Die sind gut Ich hab den Operator gesehen Ach, das war der, der sich da rumge- Äh, okay Das war der, den ich angeschossen hab Äh, man Okay, wir haben verloren Absolute Niederlage Nice Schöne erste Runde Fuck, fuck, fuck 550 Punkte Drei Tote Kein Kill Keine Assists Aber wenigstens haben wir jetzt einen ordentlichen Ping Gut, mein Lieben Wir machen mal eine kurze Pause Und, äh Es geht gleich weiter mit einer weiteren Folge Von Rainbow Six Siege Hier auf meinem Kanal Dankeschön Bis gleich Bis gleich Bis gleich Tschüss Tschüss Vielen Dank.